Hallo Corell, die offenen Teamkämpfe finden leider aktuell nicht mehr wirklich statt. Das liegt natürlich daran, dass die Zahlen gesunken sind der Leute, die da teilnehmen wollen. Und das Ganze ist hauptsächlich dadurch passiert, dass man nicht mehr gemeinsam auf dem Teamspeak-Server reden möchte, weil es gab Leute, die haben Beleidigungen und sehr starke Kritik geäußert. Und ja, niemand möchte sich gerne in seiner Freizeit beim Zocken belehren lassen oder beleidigen lassen. Da sagt man sich lieber, dann gehe ich woanders mein Kryonit schießen, wo ich vielleicht weniger bekomme. Aber dafür habe ich meine Ruhe und diese Leute kann ich auch sehr nachvollziehen. Und deswegen bin ich der Meinung, wir sollten es mal probieren, nicht mehr uns als Team A oder Team B auf einem TS-Server zu sammeln, sondern dass wir halt mit unserem Clan jeweils einfach nur auf unserem eigenen Server bleiben und nur miteinander kommunizieren. Auch quasi im gegnerischen Team, dass man sagt, yo, ich hab dich gerade im Visier, bla 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 und hier fliegt eine Rakete, wie schmeckt dir das? Einfach so ein Quatsch. Einfach lieber ein bisschen mit seinen eigenen Leuten rumblödeln, anstatt irgendwo sich mit Leuten, mit denen man nicht gerne reden möchte, auf einem Teamspeak halt zu treffen. Also wie wäre es denn, wenn wir uns mal einfach sagen, lass uns mal am Samstag und am Sonntag wenigstens versuchen, so eine 20 gegen 20 Mann auf einem Teamkampf zu starten und mit, sag ich mal, den neuen Regeln, also eben nicht zu versuchen, alles zu kontrollieren, jeden einzelnen Fight und Ansagen, auf wen geschossen werden soll, sondern einfach mal die Leute spielen lassen, so wie sie möchten. Und auch, egal ob man mit Best Blue, Goldie oder All Ancient Tech dort landet, jeder soll willkommen sein. Und lass uns das doch mal einfach probieren und dann mal schauen, ob das mehr Spaß macht oder ob das Quatsch ist. Und ja, aber so wie es jetzt gerade ist, ist es doch schade, dass so viel Potenzial verloren geht. Also es macht einfach viel mehr Spaß, dort zu spielen. Das ist halt sehr aufregend, sehr actiongeladen. Und wir werden ja auch noch mit Kryonit belohnt. Und die Zahlen, die kann ich euch gerne hier noch einmal einblenden lassen. Die sind von Narokat offiziell. Und ja, schaut es euch mal an. Es werden also fast 17 Millionen Kryonit in einer CQ generiert. Und pro Spieler wären das etwa 337.000 bei einem 50-50 mit 25 Leuten. Und im Gewinnerteam kriegt jeder Spieler drei Gravis. Ich vermute mal, dass man bei der Chaos-OTB eher im Bereich sein wird 40-60%. Das sind immer noch 292.000 bis 384.000 Kryonit pro Spieler dann. Und hier seht ihr ja auch die ganze Zeit schon Gameplay von Hekate. Und das ist ein offener Teamkampf mit 25 gegen 25 Leuten. Und der sieht einfach nur super aus. Also das würde ich mir auch wünschen, dass wir das auf Corell wieder hätten. Das war ja mal sehr gut. Wir hatten mal so Teilnehmerzahlen von 80 bis 22 Leute, glaube ich. Aber so eine 25 gegen 25, Mann, offener Teamkampf erinnere ich mich nicht. Vielleicht war ich auch inaktiv, wie auch immer. Also, teilt mal dieses Video und diese Idee. Lasst uns drüber auch im globalen Chat schreiben. Und mal schauen, wo wir da hinkommen. Also, bis dann. Ciao, ciao.